Sims Geschichtenerzähler aufgepasst! Es gibt ein neues Tool, mit dem ihr alle eure Sims perfekt verwalten könnt. Alles dazu jetzt! Es gibt bestimmt einige von euch, die schon seit mehreren Generationen mit euren Sims spielen und mittlerweile ellenlange Stammbäume zusammengesammelt haben. Dank dem Verwaltungstool vom Simmer The Plumbobber könnt ihr eure Sims jetzt einfach dokumentieren, verwalten, detaillierte Stammbäume anlegen und mit der Genetik herumexperimentieren. Nachdem ihr das Programm installiert habt, sieht es beim ersten Öffnen ungefähr so aus. Hier habt ihr die Möglichkeit, oben erstmal eine neue Liste anzulegen, beispielsweise für jeden Spielstand eine eigene. Als nächstes definiert ihr im Bereich Plumbdesigner eure bereits vorhandenen Sims mit all ihren familiären Beziehungen, äußerlichen Attributen und Bestreben und könnt diese mit dem gleichnamigen Knopf auch speichern oder aktualisieren. Aber auch wenn ihr einfach einen neuen Sim erstellen wollt und so unkreativ für mögliche Eigenschaften seid oder auch einfach mal mit dem Zufall herumexperimentieren wollt, ist das mit dem grünen Knopf möglich. Das Besondere ist hier, dass die Eigenschaften basierend auf denen der Eltern beachtet und auf den jeweiligen Nachwuchs übertragen werden. Auch im eigentlichen The Sims 4 Spiel gibt es Genetik, die aber leider Merkmale der Großeltern nicht wirklich berücksichtigt, anders als dieses Tool. Auch gut zu wissen, der Bereich Notizen erlaubt es, wie der Name schon vermuten lässt, detaillierte Texte sowie Bilder zu hinterlegen und weitere persönliche Informationen einzusehen. Im Bereich des Stammbaums könnt ihr detailliert eure Sims und die älteren Generationen sowie die Beziehung zueinander einsehen. Klar, über das Spiel geht es seit dem im Jahr 2015 erschienenen Stammbaum-Update auch. Besonders aber, wenn ihr viele Sims und unterschiedliche Haushalte im Spiel habt und noch detaillierter dokumentieren wollt, wer mit wem zu tun hat, ist dieses Programm wirklich sinnvoll. Der Tab von den Vorlieben und Abneigung ist eigentlich selbsterklärend. Hier wählt ihr entweder per Hand oder Zufall die Option, die es auch im Spiel zur Auswahl gibt, aus. Deutlich spannender ist aber auf jeden Fall das Life of Plumps. Hier könnt ihr euch kreativ austoben und für jede Altersstufe eine Art Ziel definieren. Vom Prinzip gebt ihr euren Sims hier eine Art Mini-Bestreben, die aber weitaus kreativer und mehr Storytelling fixiert sind, als die Bestreben im Spiel. Wenn ihr eines davon mit der jeweiligen Altersstufe abgeschlossen habt, könnt ihr das Ziel auch auf Abgeschlossen stellen. Oder wenn ihr einzelne nochmal würfeln wollt, die guten fixieren und alle anderen dann mit einem Klick auf Give Me Plumps nochmal neu generieren. Ich liebe dieses Feature, gerade da es bei einem so kreativen Spiel wie den Sims immer mal wieder vorkommt, dass man manchmal nicht genau weiß, was ein neu eingezogener Sim so für Ziele und Missionen haben soll. Gerade hier bringt einen dieses Tool einfach auf neue Ideen. Der Tab Management lässt euch nur Daten importieren und exportieren, sowie weitere organisatorische Dinge anpassen. Ladet euch gerne das Tool über den Link in der Beschreibung herunter, welches zugegebenermaßen technisch an einigen Stellen nicht ganz sauber und manchmal ein bisschen hakelig zu bedienen ist. Das wird aber bestimmt in der nächsten Zeit noch besser. Gerade wenn ihr schon seit mehreren Jahren mit einem Spielstand spielt, solltet ihr mal dieses Programm im Hinterkopf behalten. The Plumbobber hat auf seiner Seite ebenfalls jeden einzelnen Punkt erklärt. Falls ihr euch mal nicht sicher sein solltet, was ein einzelner Knopf bewirkt. Was denkt ihr über The Plumbobber? Werdet ihr euch dieses vielleicht mal runterladen? Also dann, bis zum nächsten Video.